ARD Text im Auftrag von Funk Wie reagieren Leute auf die Beschleunigung des Tesla Model 3? Wir befinden uns hier gerade mitten im Community-Phase-Training und werden jetzt mal Renntaxifahrt machen und ihr könnt in der Kamera Direktionen senden ich lasse die einfach ein bisschen mitlaufen wie sich die Leute so fühlen, wenn ich mal richtig mit ihnen ins Gaspedal reinsteige nicht einfach so klug machen man sagt immer wieder, es funktioniert trotzdem nicht sondern um dann oben eine Taste zu drücken einfach eine Taste, dann geht die Tür wieder auf Das habe ich nämlich schon mal gemacht Da habe ich ihn schon geschimpft nämlich aber das erlebt glaube ich jeder Model 3 Fahrer, dass ein Beifahrer einfach so aussteigt Ich hab's auch wieder hochgedreht Ja, alles probiert, aber... Okay, los geht's, wer kommt als erstes? Nicht schnell Okay, war gut oder? Ja, war sehr gut Was ist mit den Haaren? Die fliegen nach hinten auf einmal Was sagt sie dazu? Was sagt sie dazu? Was sagt sie dazu? Ja, ich auch nicht Ja, ich auch nicht Und nächster bitte Hat jemand einen Sack, Alter? Das stinkt schon Ja, ich hab's... Die Reifen, glaube ich, sind das Die Kupplung Das glaube ich weniger Die haben wir nicht Geht gut, ne? Ja, ja Kann man lassen, ja Also so für einen Familienwagen ist okay, ne? Ja, okay, das ist nicht ganz ein Familienwagen So, wo ist das Knochen? Rechts oben Nein, nein, da oben, oben, oben Bingo Boah Wie geht's hier? Wie geht's noch, Kameran? Ist okay, ja? Ja, am zehnten Mal Wir haben's bald durch, oder? Jetzt sind wir, glaube ich, alle durch Das Publikum macht, dass du das SB ausschaltest Ah, da sind die Reifen schon ziemlich erledigt Okay Jetzt wird mal eh dann ein bisschen dezimieren, weil die werden schon sehr heiß jetzt die Reifen Aber riecht's draußen auch, wie das Material? Ja Also der Reifen, der wird sich erinnern an den heutigen Tag Ja, Performance geht schon ganz gut, ne? Jetzt ist es los Jetzt ist es los Jetzt ist es los Ja Wahnsinn Jetzt ist es schon etwas ruhiger wieder Wuh! 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 Echt? Ja Jetzt müssen wir dann langsam aufhören Jetzt müssen wir aufhören Ja Machen wir jetzt eine sanfte Runde, glaube ich Wuh! Wuh! Ablappern, bitte! Ja, meine Bremsen werden schon sehr heiß Ja, ich weiß, ich habe es gesehen Ne, jetzt lassen wir ihn Ja, ich mach nur beschleunigen Ohne Bremsen Ja Ne, das hat keinen Sinn mehr Ne, das hat keinen Sinn, die sind zu heiß Sorry Kann ich jetzt nicht vermarkten, weil ich habe die Bremse stand Die sind dann schon blau angeraut Echt? Ja, ja Okay, scheiße Das ist wirklich erster Wunderschönen Das ist vielleicht am Ende oder so Kannst jetzt nicht mehr, die Bremsen sind...ja, das kann man machen Das war gut. Sie sollten dafür Geld nehmen. Einmal im Jessup machen. Wir auch noch machen. Ja. Das ist echt krass. Nice, oder? Ja, mega. Ich mache das total. So, jetzt will aber niemand mehr, oder? Ich glaube auch. Ah, einer Knopf, glaube ich. Aber ich fasse das jetzt. Ne, jetzt machen wir nicht mehr, weil es mit der Bremse sei. Ober der Knopf, rechts oben. Dein Funkgerät, Bernhard? Ja. Danke sehr. Perfekt. So, ich bleib da mal hier. Ein bisschen eine Umfrage machen. Für mich als Trainer, wo ich doch auch diese Renntaxifahrt gemacht habe, wo die Bremsnetzen ein großes Thema sind, weil nach 5 Minuten heiße Bremsen, ganz ehrlich, wenn ich am Nürburgring gefahren wäre, wäre es nicht anders in einer Runde. Und ich habe ein Performance Auto gekauft, um wirklich Performance fahren zu können. Und ich habe gerade mal sportlich in Kurven reingepremst. Ja. Also, das wundert mich, dass die jetzt blau angelaufen sind. Egal. Jedenfalls 282 Kilometer nach dem ganzen Tag herfahren, Training hier und wieder zurückfahren. Da bin ich noch ein Restreich weiter. Und ich habe jetzt noch mit den anderen ein bisschen gequatscht wegen der Bremsscheiben. Deshalb spiele ich das dann nachher einfach noch ein in das Video. Wie auch immer mein Kameramann und Editor das dann reinschneidet. Viel Spaß, Louis. Aber wir haben auch mit den anderen gesprochen. Meiner Meinung nach dürfte es einfach nicht sein, dass Performance Bremsen nach ca. 10 Minuten bin ich jetzt hier gefahren, schon heiß werden und blau anlaufen. Was ist, wenn ich am Nürburgring auch nur eine Runde fahre? Dann fahre ich sicher nicht anders. Irgendwo einfach heimparken, wo ihr wollt. Also, mich würde echt eure Meinung dazu interessieren. Was sagt ihr dazu? Ich meine, schließlich habe ich Performance Bremsen extra genommen. Wo ihr euch hinstellen wollt, mir ist das ganz egal. Ich weiß natürlich, wenn ihr euch alle wieder so wie vorher einfach hinstellt, beziehungsweise hier einfach auf dem Park werdet, dann können wir noch ein paar Drohnen aufmachen lassen. Okay, das heißt, die Teslas alle wieder quasi nebeneinander hier im 90 Grad Winkel. Okay, mach ich. Halber, wäre es gut, wenn sie einfach nebeneinander stehen oder so. Ja, mach mal. Ach, silver, zum Ballons. Bis zum nächsten Mal. 博ουμε Krischrooen. ling traisch predigende vier, weil es sonst überall so wie heuteanden sind. bis zum nächsten Mal.